Jo Leute, was geht ab? Ich bin's ja wieder auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich neue wöchentliche Aufträge Woche 2 und zwar für Gegnern Schaden mit Maschinenpistolen zu. 25.000 XP, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, Leute, ich bin hier gerade im Grundeinmodus und das hier ist eine Maschinenpistole und damit müssen wir Gegner einfach mal Schaden zufügen. Ja, die Gegnern nebenbei sind kurz jetzt im Spiel und ja, das wollte ich mir nochmal als Tipp geben oder auch als kleiner Hinweis, das hier sind wieder zurück und damit kann man richtig viele Tricks machen und es ist halt allgemein richtig krass und jetzt machen wir einfach mal weiter mit dem Auftrag. Also Leute, sozusagen, wir waren in Season 5 und jetzt sind wir in Season 6, denn es gibt hier auch fliegende Loot Lake, wie ihr sehen könnt und jetzt machen wir weiter mit dem Auftrag. Ich sehe hier vorne sind Gegner, Leute, hier ist ein Gegner, ich würde sagen, ich hätte ihn mal pushen, hier vorne und hier Leute ist ein Gegner und ich habe ihn Schaden zugefügt, 108 Schaden habe ich zugefügt und ihr seht, es wurde gezählt, 160 Schaden von 1000 habe ich jetzt und das machen wir so lange weiter, bis wir den Auftrag abgeschlossen haben, damit sagen sie uns gleich wieder. So Leute, ich habe hier gerade einen Gegner eliminiert und ihr seht oben, wir haben den Auftrag abgeschlossen, 1000 von 1000 Schaden und damit sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Hier, ihr seht, abgeschlossen. Und deswegen, wenn wir einen Auftrag abgeschlossen haben von Woche 2, bekommen wir bei Spektra Ritterin ein Baller-Symbol, Teil des Prisma-Ritterin und fahre ich auch direkt ein. Ihr seht hier bei Aufträgen, es gibt Spektra Ritterin und wir können hier auf jeden Fall Sachen bekommen und wir haben für den einwöchentlichen Auftrag ein Baller-Symbol bekommen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst Glocke, ihr habt keine Videos mehr verpasst, damit ich einfach sagen, was ich mit dem Video. Und ciao, haut rein, bis nächstes Mal Leute, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.